Die hatten auch so eine lange Bahn, die haben auch immer so einen Meisterschaften gemacht. Was gibt der Unterschied? Spunker! Spunker! Ja, Neus. Deswegen nicht... Ich habe über die Verourken gebeten. Das ist gut. Na, mal gucken, was jetzt... Wir kennen jetzt auch noch nicht. Oh mein Gott. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, um kein weiteres Video mehr zu verfassen. Ich hab auch meine Fehler, keine Frage. Doch ich lerne aus ihnen, mach mich gerade. Bist du korrekt zu mir, finde ich es auch zu dir. Ich hab nur F2, trotzdem seh ich wieder...